Musik Als Fußballverein Duisburg 08 haben jetzt unter der Schirmherrschaft unseres Bürgermeisters Sören Link an einem Projekt werden wir teilnehmen. Das Projekt heißt ja ein gewaltloser Sport in Duisburg. Unser Oberbürgermeister ist auch Schirmherr der ganzen Angelegenheit in Verbindung mit der Zusammenarbeit mit der Uni Duisburg und Essen. In Verbindung mit dem Professor Dr. Gebken haben wir an diesem Projekt unsere Teilnahme bestätigt. Das heißt es werden in Duisburg drei Vereine an diesem Konzept, an diesem Projekt teilnehmen, um da jetzt im Bereich gewaltloser Sport in Duisburg zu verwirklichen. Diesbezüglich werden wir in Verbindung mit der Stadt, in Verbindung mit unserem Oberbürgermeister, mit Duisburg Sport, mit dem Stadtsportbund, mit der Uni Duisburg das Konzept entwickeln. Dementsprechend werden Seminare und Schulungen stattfinden, was den Vereinsvorstand betrifft, beziehungsweise auch die Betreuer, Trainer, sodass wir eigentlich unser Projekt, das Konzept an die Jugendlichen, an die Senioren, an die Damenabteilung auch dementsprechend weitergeben können, sodass wir dann mit diesem Projekt an Vorzeigeverein auch dementsprechend Zeichen setzen können, dass auch Sport ohne Gewalt auch existieren kann. Diesbezüglich freuen wir uns an diesem Konzept teilnehmen zu können. Wir würden uns freuen, dementsprechend auch die anderen Vereine, im Moment nehmen wir nur drei Vereine daran teil, dass auch andere Vereine dadurch auch irgendwo ihre Vorteile ziehen können durch dieses Konzept, auch an ihre Vereinsmitglieder, an ihre Trainer, an ihre Betreuer, an ihre Spieler das auch weitergeben können, sodass eigentlich bei uns in Duisburg gewaltloser Sport auch möglich ist. Wir als Duisburg 08 freuen uns auch in Verbindung mit der Stadt Duisburg, mit Duisburg Sport, mit dem Stadtsportbund, mit der Landesregierung NRW und zusätzlich noch mit der Europäischen Union Mitteln, demnächst bei uns hier auf der Paul-Esch-Straße mit einer Investition in Höhe von 2,28 Millionen, eine super Sportanlage zu bekommen. Diesbezüglich führen wir gerade Planungsgespräche mit Duisburg Sport. Es wird bei uns dementsprechend auf der Paul-Esch-Straße ein Kunstrasenplatz entstehen. Oben bei uns auf der Anlage kommt noch ein Rasenplatz, Vereinsgebäude, Begegnungsstätte, teilweise auch in Eigenleistung werden, auch die jetzigen Einrichtungen, die wir haben, Gebäude und so weiter, auch dass wir da in dem Bereich werden, wie einige Sachen dementsprechend in Eigenleistung sanieren, sodass eigentlich demnächst in der Hoffnung, dass wir ab nächstes Jahr Juli 2022 eine der schönsten Anlagen in Duisburg haben, so dass wir auch in einem Stadtteil wie Hohfeld, gerade in einem schwierigen Stadtteil in Hohfeld, den Jugendlichen dementsprechend auch, gerade auch im Damenfußballbereich mit muslimischen Kindern, auch in Verbindung mit Sport Integrationsarbeit leisten zu können. In der Hoffnung, dass das demnächst wirklich verwirklicht werden kann, wollen wir nach vorne schauen und den Verein, den Traditionsverein Duisburg-Nallacht wieder nach vorne bringen. Geht-Nall seasonen Check-Nall seasonen Ar 질� Partnership Bis zum nächsten Mal.